GG Alles klar Wir haben halt keine Pfeile oder so, wir haben nichts mehr Scheiß die Wand an Was machen wir? Ich glaube ich mach irgendwie Kämpfer Upgrades, nein nicht Jäger Upgrades Kämpfer Upgrades Äh, was ist das? Werfen sie, ja Reichen sie dem Gegner aus, stoßen sie meinen Pfeil ins Knie, versetzen Ja, das nehmen wir, darauf hab ich richtig Bock Umschalt, ausweichen, dann F drücken Alles klar So viel, was ich mir merken muss Das schaff ich nie In keinem Spiel Wir haben so wenig Pfeile, wir haben so wenig Munition Wir haben so wenig irgendwas Oh shit, ey Ich hab zur Not nur noch die Schrotflinte Womit ich da noch was machen kann Und ansonsten muss ich in Nahkampf sprinten Irgendwie Oh Gott, das Lara kann aber auch weit springen Auf der Brücke wimmelt es von Waffen Toll Und welche Vorschläge? Es wird knifflig Aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber Ich hatte befürchtet, dass du das sagst Keine Sorge Ich decke dich den ganzen Weg Wie wär's einfach, wenn ich Alle niedermetzel Darauf hätte ich irgendwie Um ehrlich zu sein Echt mehr Lust Kann ich hier nicht irgendwas kaputt machen? Nein Ich brauch Munition Doch, das kann ich locker kaputt machen Doch nicht Mann, no, warum kann ich denn nichts kaputt machen? Sieht alles so danach aus Und nirgends liegt hier irgendwie Munition Oder Pfeile rum Sonst immer in Übermengen, ne? Und jetzt, wo ich's brauche? Nicht Ja, GG Ich hab Nehertaste gedrückt anstatt E Damn, das war doof Das war richtig doof Zuck E drücken Hochklettern Rüber Springen Hoch Huch Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge Falls nicht, komm die Direktion Vater Matheus schickt uns zu den Uniseln, die sie nicht finden Nur wenn sie versagen Was drauf? Nein, was war das? Wir sind Ui Huuhu 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 Ich dachte, das wär's Bist du okay? Das war echt knapp Alter, dass Lara das einfach noch weiterhin überlebt. Alles fresh mit ihr. Alles klar. Okay, und drüber. Oh, so eine Mission finde ich gerade richtig geil, Alter. Okay, spring, Lara. Ja, ja. Okay. Oh, Gott. Das nenne ich einen Meisterschützen erst mal. Alter, das war ein guter Schuss von Himmel. WTF. Lara, spring. Hm. Hoch jetzt, Lara. Oh Gott, oh Gott, Alter. Sowas finde ich gerade... Sowas ist eine richtig geile Mission, Alter. Sowas finde ich aber mega gut. Wir müssen da so stealthmäßig lang klettern. Und er... Und er beobachtet alles aus der Ferne. Gibt uns Deckung, snipet alle weg, sagt, wann wir laufen können, wann nicht. Oh, ist das gut, Alter. Oh, ist das gut. Gut. Achtung, Lara, es ist dunkel. Äh, tief. Schwimm weiter. Gut, dass es hier nichts zu entdecken gibt irgendwie, weil ich kann nur geradeaus. Ich kann nicht zu links, also nach links oder rechts schwimmen. Aber ja, GG, Alter. Boah, ist das geil. Dieses Spiel, ne? Es ist so gut. Oh, da war was. Oder? Konnte ich nicht irgendwie... Ne, konnte ich nicht. Es sah gerade so aus, als hätte ich da reingekonnt irgendwie. Gehen wir mal erst kurz hier lang. Um zu look in, was sie isst. Bieren. Ja gut. Diese ganzen Features nutze ich halt einfach gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele, dann spiele ich es meistens einfach nur storymäßig durch. Und beim zweiten oder dritten Mal oder so spiele ich es dann erst. Meine Brüder, hört mich an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr seht euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Alles klar. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Hibiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Spreng jetzt zu uns. Warum hat sie nicht Matthias abgeschossen? Kann ich irgendwas machen? Genau. Dimitri, Nikolai. Bring sie zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie hier überleben. Gefährdet sie es. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht. Aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder. Unsere Königin wird gleich zu uns sprengen. Spreng uns, Mibiko. Sam, es tut mir so leid. Sieh mich an. Sieh mich nur an, okay? Sie, sie ist die Reine. Alter. Und bald, meine Brüder. Bald sind wir frei. Bring sie in den Thron, Sam. Dein Kampf ist vorbei. In die Eier. Ist nicht hier. Oh, je. Äh. Ich sehe keine Leiche. Kurz, bis sie nicht überlebt haben. Äh. Ist ja lecker. Baden im Bluttempel, ey. Ja, GG. Oh, ich meine, hab ich jetzt den Arm für den Part. Geothermale Kavernen. Okay. Neu, Pfeile. Da komm ich nicht hin. Da komm ich nicht lang. Außer ich find hier sowas wie... Ja doch, ich muss da lang. Find ich hier nicht irgendwas wie eine Gasmaske oder so? Gibt's doch bestimmt oder nicht. Ist da nicht irgendwie eine? Oder liegt hier vielleicht eine rum? Ich komm doch nicht lang. Hä? Hier vielleicht... Ich weiß es nicht. Hä? Ne. Oder? Ne. Gibt's aber auch nichts. Da kommen wir auch nicht weiter. Kann ich das irgendwie... Warte mal. Kann ich das Schrott schießen? Was mit meinen ganzen Waffen? Ich hab nur den Bogen... Achso, wartet. Ja, genau. Feuerpfeil. Das macht Sinn. Das macht sehr gut Sinn. Ja, ja. Ja, GG, Alter. Das war richtig schlau grad von mir, ne? Findet ihr nicht auch? Findet ihr das nicht auch? Das war grad richtig GG. Nö, will ich nicht hören. Wahnsinn. Ja. Eindeutig. Eigendeutig. Okay, gut. So. Kann ich... Das kann ich alles anschießen, ne? Oder nicht? Kommt der jetzt hier hoch? Ich hab keine Pfeile mehr. Gibt's hier keine Pfeile mehr? Scheiße. Okay, wir haben hier keine Pfeile mehr. Das ist fast gut. Okay. Kann ich die nicht irgendwie... Hä? Wer hat denn da grad gelabert? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Komm ins dunkle, okay? Hucki! Ahem. Ich bin grad irgendwie so ein bisschen... ...abgeschreckt von dem ganzen... Ich hab kein Pfeil mehr. Oh Gott! Okay, okay. Sorry, dass ich grad so still bin. Aber ich hab erstens keine Ahnung, was ich hier labern soll. Zweitens ist diese Atmosphäre einfach gerade mega gut, ey. Ich weiß nicht. Diese Stelle gefällt mir grad richtig gut. Diese Stelle ist echt gut. Okay. Kein Essen. Was ist das? Geh doch Cash. Cool. Augen kann nicht hoch. Okay, hier ist nur ne Kiste. Das heißt, es geht da hinten wirklich weiter. Ich war mir nämlich grad nicht sicher. Aber gut. Oder kann ich hier auch noch hoch? Nee. Meine Nase ist langsam wieder zu, Alter. Das ist eklig. Immer abends. Ich muss gleich nach dem Part auf jeden Fall ne Pause machen. Hä? Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Okay, ich hab ein Gasventil aufgemacht. Ich hab keine Pfeile. Aber ich brauch jetzt Feuerpfeile. Woher krieg ich welche? Ich hab hier keine gesehen. Cool. Also fast. Eigentlich gar nicht, aber egal. Hier sind keine Pfeile. Doch da. Da, da, da. Oh. Leu, wie hab ich die denn übersehen? Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir sind hier wieder draußen. Oh. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's los ist, überlassen wir's der nächsten Schicht. Hey, lass doch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Ich hasse es hier. Also nicht. Verstattung. das hätte ich eindeutig besser machen müssen ich hätte noch länger warten sollen oder so ich weiß es nicht auf jeden fall war das gerade eben weg okay und daneben super okay und die hälfte meiner feine oja fast alle gg fast alle meine feine wieder verbraten ich bin begeistert ich bin ja echt aber hier gibt es ja zum glück wieder feile aber wir sind wieder voll mit feilen ok herrlich 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 auch die haben mir schach gespielt oder so auch nicht schlecht kann man ja mal machen was hat mir das jetzt gebracht kann ich da durchschießen ja kann ich erst mal muss ich hier irgendwas aufpumpen wie es aussieht noch nicht oder muss ich das so oft wie möglich irgendwie anschießen ne muss ich hier kann ich hier hoch ne da komme ich nicht hoch ach da ok ja wow meine nase ist zu man hört es ey man hört es ja super ok aber perfekt wir haben hier ein äh vorher gefunden wieder jetzt können wir auch mal hier ein bisschen was gucken ob wir noch mal was upgraden wollen achso ja können wir nicht weil wir keine anderen waffen mehr dabei haben ja super ok warte dann nehme ich noch mal kurz die ganzen pfeile mit und setze mich noch mal hin und dann würde ich sagen wir benden hier den part leute wir sehen uns bei das nächste mal wieder haut da rein na